So mein lieben Bruder, der hat sich hier ist, willkommen zu der 38. Episode von Top 5 Plays. Bleibt heute auf jeden Fall bis zum Ende am Start, wir haben heute einige Banger dabei, gerade so auf den Plätzen 3 bis 1. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro wieder. Bis gleich. Auf Platz Nummer 5 haben wir heute den Vibes X Kevlar, bei dem müsst ihr by the way beachten, dass das eigentlich kein Snapper ist. Und zwar macht ihr hier den ersten Kill, holt da nochmal einen Colette, sieht da den vierten, trifft ihn leider nicht und holt ihn dann erst, damit leider einen Fatal Quad. Auf Platz Nummer 4 haben wir heute mich und zwar treffe ich da den ersten Gegner nicht, warum auch immer, holt ihn da den ersten, holt da mal noch den zweiten, holt da den dritten, dann mal den vierten und schockiert dann den Times 2. Leider Gottes, deswegen nur Platz 4, auf Platz Nummer 3 haben wir heute Tatex und zwar ist er hier auf VMD unterwegs mit der Paladin, holt da mal direkt den ersten, weiß nicht wo der zweite hingegangen ist und sieht ihn dann doch da oben, holt ihn, holt da den dritten in diesem Clip und holt da mal den vierten, lädt ihr fix nach, holt da den fünften und den sechsten mit dem Colette, holt da den siebten, dann nochmal den achten und da hinten nochmal den neunten, dann nochmal den zehnten und ja, auf jeden Fall kranke Abschlusskette, auf Platz Nummer 2 haben wir heute Vibes Setback so und zwar macht er hier auf Kontraband einen 5-Man onscreen und zwar holt er da den ersten, dann Colette zum 3-Man, da holt er den vierten und dann mal den fünften für den 5-Man onscreen. Auf Platz Nummer 1 haben wir diese Woche Logic und zwar ist er hier auf Modoco unterwegs mit der Paladin und zwar macht er hier gleich einen dicken, fetten Quad-Colette und ja, ich würde sagen, verdient er Platz 1 diese Woche, choket hier dann noch den 5-Man onscreen, aber trotz dessen übelts neuerer Clip und verdient er Platz 1 diese Woche. Wenn ihr auch Teil von Top 5 Plays sein wollt, dann schickt uns doch einfach Clips, die ihr ungelistet hochgeladen habt per Twitter als DM, so hat der liebe Tätigster das nämlich auch gemacht und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Episode, wenn es wieder heißt, Top 5 Plays und haut rein!